So Freunde, willkommen zu einem nächsten tollen Highlight, wie ich finde. Ihr kennt sie wahrscheinlich schon, die Super Color Fountains von Jörge. Wirklich sehr schöne Fontänen im Klasse 2 Bereich. Fünf Stück sind drin normalerweise. Die Farben Blau und Violett habe ich jetzt schon mal leider benutzt. Was heißt leider, ich habe damit noch was vor. Also ist auch sozusagen noch für euch was extra. Aber da müssen wir mal schauen, wie das so wird. Vielleicht seht ihr es, vielleicht nicht. Das kommt immer drauf an. Zu den Fontänen selber. Die Saft sind Klasse 2 Fontänen mit einer NEM von 90 Gramm. BAM-Nummer ist die F20156. Und ja, ist aus dem Jahr 2009. 2009, so lange. Beziehungsweise 2009 wurde die BAM-Nummer vergeben. Aber die Fontänen selber gibt es erst, ich glaube, seit drei Jahren, vier Jahren. Da muss ich leider passen. Also wie gesagt, wir testen die in den Farben Rot, Grün und Gold. Also wünsche ich euch viel Spaß bei dem Test. Und wir sehen uns dann gleich zur Zündung. Jörge Super Color Fountain. Und jetzt Rot und Grün. Und jetzt Rot und Grün. Hier haben wir eine wirklich sehr schöne Verwandlung. Wirklich fast feite Funken. Viel Winkel. Sehr, sehr lange Bremdung. Also einer meiner Favoriten auf jeden Fall. So, wenn wir jetzt so schön waren, haben wir hier noch die Grün. Habe ich euch ja versprochen. So. 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 Also für 2,50 Euro sind aber echt nichts verkehrt worden. Ich finde das Gold ist sehr schwer. Leider ein bisschen windig heute. Das war's. Ich hoffe es hat euch gefallen.